Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir wieder Pet Simulator X. In dem Video verschenke ich ein paar Rainbow Grim Reaper an meine Zuschauer aus dem letzten Livestream. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Like da und dann fangen wir auch schon an. Und da hast du deine zwei Grim Reaper. Viel Spaß damit, der nächste wäre The Best Player. Wir versuchen es jetzt nochmal, du musst deine Trades auf öffentlich stellen, The Best Player. Wenn das jetzt wieder nichts wird, Trade Request Send. Okay, immerhin. Vorhin hast du es ja nicht geschafft. Jetzt kriegst du zwei Grim Reaper. Und danach wäre dann, äh, TNQR Pro dran. Conny, hab's geschafft. Wie geht's dir? Ich weiß nicht, wie's mir geht. Ausrufezeichen Join funktioniert auch nicht, wenn du das in den YouTube Chat schreibst. Wie soll denn das funktionieren, Bro? So, bitte sehr. Ah, jetzt hab ich dreimal auf, äh, Grim Reaper gedrückt. Na gut, dann kriegst du drei. So ist das Leben. Tut mir leid, hab ich dir leider eins zu viel gegeben. Kann ich ein Pet? Ähm, nee, du darfst keinen Pet. Ich glaub, ich geb dir trotzdem welche. So, dreifacher Salto wär der nächste. Dreifacher Salto, haben wir dich? Hier haben wir dich. Und du bekommst von mir dann auch nochmal zwei Rainbow Grim Reaper. Francesco wär der nächste. Okay, Francesco ist nicht mehr auf dem Server, doch hier. Es ist manchmal schwer, die Leute zu sehen. Dann kriegst du jetzt auch noch hier ein Pet. Und nach Francesco wär wer dran. Mr. Volt hatten wir schon. Hi, Conny. Ich bin der von damals von Discord. Habe mich wieder aufgerappelt mit Roblox. Und, äh, könnte ich ein Pet. Mr. Volt, ich glaub, dir hab ich was gegeben. Und ich weiß nicht, wer der von Discord ist. Ähm, Roblox Mifo, kann ich bitte ein Pet? Hm, vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Wenn ich dich finde. Wenn du deine Trades öffentlich hast. Ja, hast. Dann kannst du auch ein Pet. 7 Trillion Stärke, schon krass. Ja, das stimmt. Conny, kannst du vielleicht mir joinen? Nein, ich werd hier nicht joinen. Fabia hatten wir schon. Ten QR Pro hatten wir schon. So, Börstelchen hat Hallo geschrieben. Dich hatten wir auch noch nicht. Aber dann müssen wir noch 13 Sekunden warten. In den 13 Sekunden kann ich mal schnell wieder ein Pet Gold machen. 88%ige Chance, kann man ja mal machen. Oh, versagt. So traurig. Fünf Ghoul Horses weg. Wie traurig. Wie bekomm ich Voice Chat? Du bekommst gar keinen Voice Chat mehr. Dafür ist es jetzt zu spät. So, wir versuchen es nochmal mit Börstelchen. Jetzt sollten ja 13 Sekunden rum sein. Und du bekommst von mir auch nochmal zwei Rainbow Grimory. Hi, Gigi Abo. Da heißt du in Roblox Conny. Ich heiße Roblox Conny in Roblox. Als nächstes, warte, Börstelchen hatten wir. Dann Roblox Mifo hatten wir schon. Börstelchen. Dippics hatten wir vielleicht. Einen Nox C hatten wir, glaube ich, noch nicht. Es ist mir egal, ob die Boots abgelaufen sind, Leute. Hört auf, mir zu zeigen, dass die Boots abgelaufen sind. Wann öffnest du X? Ich werde die X öffnen, wenn mein Inventar leer ist. Aber momentan ist noch zu viel Platz im Inventar. Das dauert ein bisschen. Weil wenn ich Pads verschenke, kann ich die Pads nicht Gold machen. Es ist immer schwer, alles gleichzeitig zu machen. Also dauert das alles ein bisschen. TNQR Pro. Dich hatten wir, glaube ich, auch schon. So, und jetzt machen wir auch mal wieder ein paar Pads Gold. Wann wechselst du Server? Wenn niemand mehr reinkommt. Aber ich möchte ja auch noch die Pads Gold machen. Also alles mit der Zeit. So, jetzt noch Saske. Trade Request ist pending. Ich hoffe, dass du sie annimmst. Sehr gut. Und du kriegst auch noch Pads. Jetzt will ich endlich fertig werden mit Gold machen. Das ist wirklich das Nervigste daran, wenn man Pads farmt. Wenn das Inventar voll ist, muss man es wieder leer kriegen. Man will die Pads nicht löschen, weil das sind halt auch gute Pads. Und deswegen muss ich sie Gold machen. Und man kann einfach nicht schnell Gold machen. Man muss sie immer alle einzeln Gold machen. Jetzt habe ich auf Abbrechen gedrückt oder was. Und Ghosty1223. Gucken wir mal, ob wir dir jetzt schon noch was traden können. Ja, geht. So. Can I have a Rainbow Grim Reaper? Wenn du es schaffst, mir nachzujoinen, kannst du einen haben. Ja, wenn du jetzt nur einen bekommen hast, kannst du es ja im nächsten Livestream noch einen bekommen. Äh. Jetzt habe ich mich verklickt. Egal, jetzt kriegst du auch noch ein Pad. So. Wer war der? Naruto war, glaube ich, der, bei dem ich warten musste, ne? Naruto, wo bist du? Ja, bist du. Zwei Rainbow Grim Reaper. Und ich hoffe, dass jetzt... Und die nächsten Leute joinen mir wieder nach. Müssen wir jetzt Pads zurückgeben? Hä, warum Pads zurückgeben? Ihr müsst keine Pads an mich zurückgeben. So. Ich habe FA gesendet. Äh. Kannst du später annehmen. Äh. Auf Roblox nehme ich keine Freundschaftsanfragen an. Ich habe das jetzt bei den Gewinnspielgewinnern gemacht. Aber die werde ich größtenteils wahrscheinlich auch alle aus der FL entfernen, wenn ich das nächste Mal meine FL kläre. Weil ich habe gerne eine sehr kleine, übersichtliche Freundesliste, damit ich meine Freunde schnell finden kann. Dafür ist die Freundesliste auch da. Damit man schnell Zugriff auf die Spieler hat, mit denen man schnell mal nachjoinen möchte. Müssen wir die Pads zurückgeben? Stell dir vor... Stell dir vor, ich verschenke Pads und verlange dann, dass ihr sie zurückgeben. Das wäre auch genial. Das muss ich mal machen. So. Einer ist aber vorne noch reingejoint, ne? Flori. Genau, Flori. Du kriegst noch ein Pad. So haben wir dich da. Bitte sehr. Und jetzt, wo werde ich hier haben, kann ich noch ein paar Pads Rainbow machen. Oh, guck mal, da ist der Pumpkin. Da guckt man einmal nicht hin, was los ist. Bauen wir mal den Pumpkin ab und wir bekommen... Ja, eine Million. Eine Million Candy ist sehr gut. Echt ein Highlight, ne? Gut, dann machen wir jetzt mal die Ghoul Horses Rainbow und auf einmal werde ich gar nicht mehr so viele Ghoul Horses haben, ne? Wäre der Erste, der dann ein Pad von mir bekommt. Aber ich mache noch ein paar Pads Rainbow, weil wir wollen damit endlich mal fertig werden, damit ich anfangen kann, X zu öffnen. Und dann können wir nochmal den Glitch ausprobieren. Ah ne, wir können den Glitch nicht ausprobieren. Aber wenn ich den Glitch nutze, damit meine Booster nicht ablaufen, dann könnt ihr mir ja gar nicht nachjoinen. Ach, das Leben ist so hart. Das waren jetzt schon alle. Ich hatte eben so viele. Ich hatte so viele Ghoul Horses. Und daraus habe ich jetzt zwei oder drei Rainbow Ghoul Horses gemacht. Einer ist eben sogar versagt bei 88%. Das ist echt, das meine ich. Man hatcht so unglaublich viele Pads. Das Inventar ist komplett überfüllt. Und am Ende, wenn man es Rainbow macht, kaum was. Hätte ich mal vorhin den einen goldenen Ghoul Horses nicht verschenkt, dann hätte ich genug gehabt, um den mit 100%iger Chance Gold zu machen. So, jetzt gucken wir mal. Die Minute müsste jetzt auch für alle Parteien vorbei sein. Als erstes hatten wir... Ah ne, Roblox Nick hat noch vorher was geschrieben. Auch wenn ich mir nicht sicher war, ob wir den schon hatten. Das ist so ein ultra generischer Name. Man kann nicht joinen, ja. Man kann nur joinen, indem man mir folgt und die Seite ständig neu lädt. Aber wenn ich schon auf einem vollen Server bin, kann man auch nicht folgen. Deswegen hättet ihr das tun müssen, als ich gesagt habe, ich werde Server wechseln. So, dann Lazy Frog. Lazy Frog haben wir hier. Jetzt auch noch ein paar Grim Reaper. Perfekt. Als nächstes haben wir... Nochmal Roblox Nick und dann Liam2909. Wo, 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 hier. Als nächstes sorgloser Falk. Freust du dich heute auf Update? Jein. Also, wenn heute ein Update kommt, habe ich Angst davor, dass die ganzen coolen Sachen, die wir jetzt mit dem Event haben, weg sind. Und ich immer noch keine Giant Pumpkin Cat gezogen habe. Abgesehen davon, wenn das Update rauskommt, muss ich arbeiten. Deswegen streame ich ja jetzt schon. Also, werde ich das Update auch erst morgen mitbekommen. Okay, und das war's dann. Dann sind die Leute gelieft. Perfekt. Dann hatten die nächsten Leute die Chance, nachzujoinen. Aber ihr müsst jetzt noch eine Minute warten. Und deswegen habe ich wieder Zeit, ein paar Pets Rainbow zu machen. Dann gucken wir mal, ob die Minute rum ist. Bei dem Zweitaccount. Bei dem Namen bin ich natürlich auch mal misstrauisch. Michael, 1, 3, 8, 5, 2, 8, 2, 9, 4, 7, 2, 4. Möchte ein Pet? Vielleicht, vielleicht. Mal gucken. Ah ja, funktioniert. Kann ich ein Pet? Weil wurde gestern gescammt. Ne, Leute, die gescammt werden, kriegen von mir keine Pets. Weil, stellt euch vor, ihr werdet nochmal gescammt. Das Risiko, das gehe ich nicht ein. Michael ist mein. Kann ich bitte? Ja, kannst du. Wenn du dran bist. So. Ah ne, du musst deine Traits bitte noch öffentlich stellen. Michael's mine. Und dann haben wir noch Russo. Und du musst deine Traits auch auf öffentlich stellen, Russo. Und während er das macht, kann ich wieder ein paar Pets Rainbow machen. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Mit Michael's mine haben wir hier. Und du kriegst von mir zwei Rainbow Grim Reaper. Als nächstes wäre, wer dran gewesen? Russo wäre als nächstes dran gewesen. Und Russo bekommt natürlich auch noch ein Pet. Ne, du hast immer noch deine Traits of Friends. Oh ne, Pech gehabt. So, dann ist Hihi dran. Stell dir vor, du heißt Hihi. Das wäre mir echt peinlich. Nicht wahr, Victor? Und? Anonym for you. Möchte auch noch ein Pet. Aber dann müssen wir noch 37 Sekunden warten. Okay, dann werde ich die Zeit wieder nutzen. Ich bin zum Glück bald fertig. Wir versuchen jetzt nochmal. Wer war der letzte? Anonym for you, richtig? Hallo? Please? So. Osternisch. So, wen haben wir noch? Anonym for you? Anonym for you? Daniel wäre der Nächste. Wenn ihr euch nicht mit Twitter verifiziert, dann ist es echt schwer, eure Namen im Chat zu lesen. Weil eure Namen stehen dann genau dort, wo das Verified steht, das ich halt immer überlese. Gut, nach Daniel wäre es nochmal mit... Wäre nochmal Russo dran. Er hat mir nicht jetzt geschrieben. Und? Diesmal hat er seine Traits auch öffentlich. Sehr gut. Ritt, ritt, ritt. Grim Reaper, Grim Reaper. Fertig. So. Auf jeden Fall hast du jetzt zwei Pets bekommen. Danach ist noch Fridolin dran. Heißen wirklich Menschen heutzutage Fridolin? Ich dachte, das ist immer so ein Scherzname, der sieht krank aus. Also natürlich ist es kein Scherzname, den sich Grong komplett ausgedacht hat. Aber ich hätte nicht gedacht, dass heute noch Leute Fridolin genannt werden. Hey, wem habe ich jetzt eine Trait-Anfrage geschickt? Fridolin doch. Okay. Ist immer schlimm, wenn Leute joinen und dann ist die Liste anders. Dann weiß man gar nicht, was abgeht. Dann haben wir noch Miko. So, Miko, wo bist du? Da bist du. Wie heißt du in Roblox? Ich heiße Roblox Conny. Mein Profil ist im Chat oben angepinnt. Nach Miko haben wir Russo, Danger, Banger, Jonas Gamer. Und danach sind wieder Leute gejoinnt. Das hört ja hier nicht auf mit dem Leute joinen. Wollen wir ja gar nicht den Server wechseln. Und als nächstes würde ich dann die Eier öffnen. Und die Eier öffne ich im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Das war's und ciao. 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 Ciao.